Max, trägst du die Boxen vor? Stimmt gleich 2, ja. Alles klar. Wenn von dahin das Wetter kommt, ist es schlecht. Max, von dahin, da wo du jetzt hingehst. Ich muss gerade mal bestimmen. Auf die Tischdeco. Die Kamera ist aus, Max. Das können wir machen. Bring wunderbar neue Montauk. Schwäschling. So, jetzt wird schön angeschnitten hier. Erstmal eintauchen. Guck mal, jetzt kriegst du einen Freund. Nein. Es sind Zwillinge. Was es sich freut. Es ist echt wie Weihnachten. So schön. Du hast ein Wetter in der Hand. Na gut. Ich wollte das eigentlich zum Abschneiden. Wenn ihr auf die Kasse dann... Vanilla! Was regnet. Es wird nass. In unserem geschützten Ding. ... 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 Dankeschön! Hallo! Nagelneue, Monitorbox, hat der Max beklebt? Wir wären so weit, oder? G! Ja! G! Nein, das erste Dienst startet mit einem... B!